Hallo und herzlich willkommen zurück. Ein neuer Part von A Simple Story. Wir hatten aufgehört bei Nipperspeak und ich bin immer noch nicht alleine. Trüti ist auch noch da. Ja, Trüti steht gerade über den Fuß gefahren. Ja, weil ich hier noch... So dürfte es jetzt besser sein. Nein, man hört mich immer noch nicht. So, da. Um dieses Level zu benden, musst du 5 Münzen einsammeln. Ja, du musst 5 Münzen einsammeln, um dieses Level zu benden. Toll. Haha, tot. Hm? Versteck, was ist das? Was zur Hölle ist das? Du hast den Kirby mit dem Partyhut. Oh. Der ist böse zu mir. Ah, das war... Ah, ok. Ja. Ja, das sind quasi diese normalen Yoshi-Coins. Warum sagst du immer Yoshi? Das hab ich mir irgendwo von Nintendo Capri Sun abgeguckt. Ein sehr guter Let's Player. Sollten wir mal reingucken. Du hast doch noch Fremdwerbung. Du hast lieber Eigenwerbung. Hm... Ja, später. Ich trink mir erstmal nochmal die Schlucke Wasser. Ficken. Ah. Lecker Wasser. Dort. Da oben ist noch ne Münze. Ich kann gucken. Nur nicht spielen. Web es euch aufgefallen sein sollte. Und... einfach drüber, ja. Yay. Was ist das denn? Auch aus Mario Bros. 2. Wee! Wee! Da unten war Liv. Gott, wie safe ich damit so. Ist ekelhaft. Da oben ist auch nichts, ok. Ja. Ok, da... Da. Ok, bis hierhin waren die Münze nicht wirklich schwer, äh... Nicht wirklich. So viel. Tja. Level up. Level beendet. Ja. Toll. Und Mario läuft ins Unendliche. Das, äh... Ja. Ist normal bei ihm. So, dann können wir jetzt auch zum Schloss gehen. Wozu war dieses Dreckslevel jetzt? Für nichts und du hast mich dahin geschickt. Drums Castle. Los geht's. Und tolle Musik ist schon wieder episch. Die hatte ich doch auch schon beim anderen Hack. Und Castlevania immer noch, ja. Und Mario Bros. 3 Hintergrund wieder. Aus der All-Stars-Version wohlgemerkt. Tot. Ah kacke. Ah ficken. Ah kacke ficken, ja. Ah. Ah. Worauf hast du denn... Du kannst auf den Forms einen Drehsprung machen. Oder so. Oder einfach so. Weil man Angst hat, den Drehsprung zu machen. Fick. Wichser. Okay. Auf jeden Fall sieht dieser Hack bedeutend anspruchsvoller aus als meine ficken anderen. Ähm. Äh. Zumindest was dieses Level angeht. Das sind Spikes. Die hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Jetzt muss ich aufpassen was ich mache. Lass mich durch. Oh schön. Wo. Oh wow 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 Das war. Der letzte Pixel. Wie soll ich? Drauten Drüste. Und nicht mitten im Rennen Safe Staten. Was ist das? Angewohnheit. Das tötet dich bei Mario. Was macht der da? Luftpusten? Ich komm! Nein, nein, nein! Da musst du so durch. Tür! Was? Ja, nee, ne? Ja, du musst mit den Bomben da... ...siegen. Ja, das Ding ist... Ich kann das nicht. Ich geb's auf. Das ist mir spaßig. Äh, zur Erklärung, so was... Das hab ich so... ...selber... ...selber erstellten Boss hatte ich bis jetzt... Nein! ...nicht in meinen Hexen. Warum explodiert die Hure? Jetzt wäre sie explodiert. Die haben eine unglaublich lange Explosionszeit gespast. Alter! Nein! Oh, ich sehe Frustpotenzial in diesem Hack. Jede Menge! Komm mit! Ein... 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 Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon hatte. Dann nimm doch einfach einen neuen. Nein! Oh! Das haben wir einmal getroffen! Scheiße! Fuhu! Nein! Leute. Leute. Die EU. Es ist eine Waffe, Mario. Leute. Leute. 4... 3... 1... 2... Ja! F*** dich! 1... 2... 3... Ok, save, Dilton! Oh, jetzt wieder Warnig! Jetzt wird er wuschig! NICHE NICHE! 1... 2... Scheiße! 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Komm, du schaffst das! Ich sag schon gar nichts, wenn ich mich voll konzentrieren muss, dass es 10 klappt! Der Eck ist so schwer für mich! Ich will jetzt auch nicht wirklich viel sagen! 3... 4... F*** dich doch! Ich bin doch gerade da auch schon rausgekommen! 5... 5... Schaling mal! 5... 2... Ah, Alter! 5... Ruhig bleiben, schau zu ruhig bleiben, alles wird gut. Eins, zwei, schön, ich zähle einfach weiter. Eins und eins, das macht's. Eins, zwei, drei! Ich springe in mich rein, oh. Spring du in die Bombe rein. Wenn ich schon da gehe, ich nehme dich mit. Ich wollte ihn da rein zwingen, aber nicht selber sterben. Ja, aber wenn zwei explodierende Bomben da stehen, ist es nicht so... Ja, das hätte jetzt geklappt. Nein! Oh! Alter! Alter! Klappt das? Wenn da zu viele Bomben drauf liegen, macht man von Drehsprünge. Nein, du hast ihn geschafft! F***ing hell! Du hast ihn geschafft, der erste Endboss. Und ich vermute einfach mal, dass die Endboss noch schwerer werden. Ich mit meinen Null-Mario-Skills hab' den verfickten Endgegner geschafft. Weee! Party! Den ersten! Da, lesen! Das war eine Demo! In der meantime... Das war eine Demo. Ja, leider Gottes, aber Alter ist ja geil. Kredits wahrscheinlich. In der meantime, I hope you have enjoyed my hack. And keep a look out in the next few months for Demo 2. Thanks for playing! And please do not judge by Overworld. This level is on. It is barely done, okay? Okay. Ja. Äh, ja. Fazit, äh... Hammer-Hack. Ich fand ihn gut. Äh... Also, äh... Man kriegt den Eindruck davon, dass er auf jeden Fall schwieriger wird. Oder sagen wir mal anspruchsvoller. Ja, und das ist für mich schon zu anspruchsvoll, wie du beim, äh... Endgegner gesehen hast. Ja, selbst kreierte Endgegner sind meistens mies. Also, ohne... Aber ich kannte den. Ich hab den schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht bei wem. Ich glaub bei Emi. Fremdwerbung. Hast du auf jeden Fall ganz gut geschlagen. Yay! Auf jeden Fall, ja. Hack zu Ende. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich beim Endgegner gerade extrem still und teilweise ausgerastet bin in mir. Echt? Ja, ich hab es in mir unterdrückt, dass ich nicht anfange zu schreien und Sachen zu zerstören, wie ich es normalerweise machen würde. Und ja, schöner Hack. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Zuschauern schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, ich würd sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Abonniert nochmal Bolsa. Wenn ja ... mach ich sie normalmente einen vernünftigen Brüder alleine wieder bemachen. Ne. Tschö ... Baba ...